Was? Ja! Ich bin der Gotti, Eli! Es ist der neue Gotti! Ich bin der Gotti! Hä? Bischra, lach nicht! Große Krabbe! Digga! Ich bin Gotti! Nein, ich bin nicht! Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Fokus-Kanal. Wir spielen heute Supporter-Duell und dabei sind Eldos, Bischra, Sidney und Robin. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Okay, Zweierteams, wir machen Bischra und Eldos gegen Sidney und Musti. Ja! Wir haben so die Community gefragt, die konnten da bei Instagram Antworten einschicken. Dann wurde es zusammengezählt. Also ich mache als Beispiel zum Beispiel, hatten wir mal, wer ist der schlauste Fokus-Member? Und da müsst ihr halt sagen, wer Platz 1 ist und sowas. Aber was die Community gesagt hat, Musti? Genau, was die Community gesagt hat. Da kann auch Quatsch drin vorkommen. Okay. Also ich zeige euch mal, was da die Lösung gewesen wäre. Zum Beispiel, da war dann auch Musti Top 4. Was denn? Ja höher eigentlich. Tschüss! Ja höher! Ich hätte auch Sidney und Dylan gesagt. Meinst du von Schlauen? Ich bin von Schlauen jetzt. Ja höher musst du. Oh, da ist es! Hä, wo bin ich? Du warst Platz 6. Ich glaube, du warst noch nicht dabei. Wo bin ich eigentlich? Bischra, lach nicht! Hä, ich lach nicht! Wo bist du? Einfach reicht nicht für Dinge, oder? Mischa, du bist ein bisschen dumm, ja. Ja, glaube ich auch. Ich glaube... Sag noch Dame! Haha, Musti! Also ihr müsst immer versuchen, das Erste zu sagen, sonst kann das andere Team euch übertrumpfen und dann gehört die Runde dem anderen Team. Wie das Erste zu sagen? Du buzzerst jetzt und wenn du Platz 1 hast, gehört die Runde dir. Wenn du was unten drunter nennst, dann kann das andere Team sich übertrumpfen und dann gehört die Runde dem anderen Team. Okay. Aber es wird eh gleich werden. Wenn man den Ersten trifft, hat man direkt gewonnen, oder was? Nee, dann kannst du die anderen noch lösen. Und dann kriegst du die Punkte zusammengezählt. Also Erste riecht nicht aus. Die erste Frage war, euer Lieblingsrestaurant. Es buzzert niemand? Hä, ich schaff's nicht. Warte, wir müssen jetzt nur eines nennen, was einfach da drinnen ist, oder? Ja. Und hoffen, dass das da drin ist, halt. Am besten nur das Erste. Und auch, dass das das höchste ist, oder nicht? Ja. Ja, geil. Nussred. Nussred ist nicht dabei, nein. Tickerbrei. Ist der Blöde? Echt? Ja, du bist. McDonalds. McDonalds ist... Es ist die Eins! Ey, aber Musti gut, die Idee, Bro. Alter, das ist crazy. Okay, das heißt, die Runde gehört jetzt euch. Ihr habt jetzt... Achso, nee. Schön. Ihr habt jetzt drei Leben. Sidney macht jetzt weiter. Wenn's Sidney falsch hast, mach... Mit wem war's Sidney im Team? Ist... Warte, warte, Robin, eine Frage. Aber das sind die Liebesrestaurants von uns jetzt, oder? Was die Zuschauer denken? Nee, von den Fans. Was die Zuschauer gesagt haben, ja. Genau, was sie denken, was von uns ist. Nein. Junge, einfach von denen aus. Von denen Liebesrestaurants? Ja, ja, genau. Diese Fragen gelten nur für die Fans. Okay, passt. Okay, Sidney. Nächste. Burger King. Burger King ist Platz 2. Dann wieder Sidney. Immer weiter. Äh... Ja, bis du falsch machst. In drei Leben. Subway. Subway ist Platz 4. Das ist schon schade, dass das alles Fast-Food-Ketten sind. Wie kann man McDonalds auf die Eins machen? Die Idioten. Bro, 50% ist schon crazy. Das ist echt crazy. Ja, aber schwer. Aber das ist halt alles zu wenig. Ähm, Vapiano. Vapiano ist nicht dabei. Dann erstes Leben weg. Dann ist Musi dran. Ähm... Große Krabbe. Dicker. Große Krabbe ist nicht dabei. So. Dann wieder Sidney. Letztes Leben. Ähm... Was sind denn noch? In Deutschland ist Fast-Food Arsch, Digga. Bei uns gibt's nichts. Wie kann denn Vapiano nicht da drin sein? Amapiano. Vapiano. Vapiano. Let's go. Ja, mit Kelly. Mir fällt kein Fast-Food ein. Ich habe Kelly. Dagegen was? Äh... Ja, 5... 4... 3... 2... 1... Pizza Hut. Pizza Hut. Nee, Pizza Hut ist dabei. Okay. Dann können jetzt Bischra und Eldors, wenn sie eine Sache haben, die ganze Runde klauen. Okay, Bischra... Oh mein Gott, Eldors. Ich hab was. Ich glaub, ich klau. Tama, mach. Ich kann gewinnen. Ähm... KFC. Oh mein Gott. KFC ist Platz 3. Oh mein Gott. Tschüss! Los! Abwinnig. Wie? Die haben Punkte jetzt. Die haben drei Punkte gemacht. So weit man ab. Affin Eldors. Hä? Ja? Was für'n Scheiß? Wieso haben die... Wir haben die jetzt gewonnen? Ja, ihr hattet vier Chancen. Ich löse mal noch auf. Platz 5 wäre Five Guys gewesen. Ähm... Platz... Und Platz 6 Döner. 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 Döner? Lieblingsrestriker? Ja, da haben einfach Leute Döner geschrieben. Wie kann ich KFC vergessen? Weil du Schwarz bist. Stucky Fried Chicken. Okay, dann machen wir den Nächsten. Stucky Fried Chicken. Der ist dann übertroffen. Euer Lieblingskünstler. Bruder. Wir haben dich direkt weiter. So viel. Ja, warum sollte ich? Das war auch voll scheiße, wenn man anfängt. Ja, weil... Sinny hat schon recht, ne? Man kann ja einfach die anderen machen lassen. Ja, wenn du's aber löst, dann... Man muss fünf scharf werden. Das geht nicht mal. Wie viele Punkte kriegt man, wenn man alles löst? 100. Travis ist nicht dabei. Nein. Nein. Hä? Das ist krank. Was? Das ist krank. Das ist für eine scheiß Liste. Warte, eine ist dann weg. Okay, und was dann? Jetzt muss ich... Wär's jetzt was? Haben die Minus-Punkte oder was? Ach so, buzzert doch Eldors. Ihr kriegt ja keinen Nachteil, wenn ihr falsch sagt. Warte, bitte. Warte, ich muss nachdenken. Oh, Junge. Also, Travis hab ich jetzt schon echt, äh... Wie kann Travis denn nicht dabei sein? Ja, ist... Egal, ich drück einfach. Ähm, Drake. Drake ist auch nicht dabei. Boah, was ist das für eine Liste? Wen hast du gefragt? Dreijährige? Eldors, mach mal, Junge. Ich sag Deutsch, will. Eldors, mach mal. Wasser doch. Was, der ist wirklich... Ich weiß auch nicht. Drück einfach. Mach doch einfach, Junge. Oh, Mann. Ja, okay, ich geh. Luciano. Ja, Luciano ist Platz 1. Breezy. Breezy ist Platz 2. Ist das nur Deutsche? Mach nur Deutsche, mach nur Deutsche. Äh... Apache. Apache ist Platz 3. Alter, Musti räumt ab. Gott. Was ist eine Liste? Äh... Kalle Malle. Kalle Malle ist nicht dabei. Wie kann er nicht dabei sein, Bruder, ja? War gut, okay, war gut. Bin ich dran? Ist jetzt Hit dran? Ja, jetzt ist Hit. Rav Camora. Rav ist Platz 5, ja. Und, okay. Oh, das ist hart. Es ist... Also 1-8-7 Shit. Es ist Bones oder so, aber reicht 1-8-7? 1-8-7! Wenn das Leute geschrieben haben, dann ja. Ich verbessere mich. Wenn da jetzt alle Sidney geschrieben hätten, dann wär's Sidney jetzt dann. Wenn das nur Bones ist, dann Bones ist ja auch 1-8-7. Ich sag 1-8-7! 1-8-7 ist falsch, dann wieder Musti. Okay, ähm... Warte. Da dann. Nee, auch nicht. Dann können wir jetzt wieder Eldos Buescher klauen. Oh mein Gott, ey, wir klauen jetzt wirklich, ne? Die Versuche haben die. Eldos klau wieder. Eldos klau. Es ist... Äh... Ich würd mit Ufo gehen. Oh mein Gott. Ich hätte auch Ufo gesagt. Nein. Nein, Ufo stimmt nicht. Was? Dann gehören die Punkte, Sidney und Musti. Yeah. Achso, wir haben nur einen Try. Dann ist es Bones. Der letzte wäre Sido gewesen. Ja, halb ist vorbei. Sido? Sido! Was soll ich machen? Ich hab das nicht eingeschickt. GGs. GGs. GGs an Sido. GGs. Ey, warte mal, warte mal. Das ist euer Traumberuf. Bruder, was war das für eine Liste gerade? Euer Traumberuf. Ja. Fußballer. Fußballer ist... 1. Platz 2. Was? Crazy. Kann sich Platz 1 sein. Okay, dann können jetzt Eldors und Büscher, wenn sie Platz 1 haben, übertrumpfen. Achso. Ne. Ja, Eldors sagt. Eldors sagt. Warte. Ich passe auch. Es ist... Ich hab's glaube ich. Ich glaube, ich weiß auch, was es ist. Sehr traurig, aber wenn es das ist, dann... Ihr habt eins? Ja, so. Ich sag Darsteller. Darsteller? Darsteller? Darsteller ist so nicht dargeschrieben. Meinst du wirklich irgendein Mann von... Darsteller ist Platz 4. Hä? Sag doch, ich sag doch. Okay, dann... Erwachsenen Schauspieler. Dann Sydney. Oh, ich gehör die Runde. Okay. Ähm... Achso, haben wir... Sollen wir noch raten? Ja, Sydney. Influencer, YouTuber. Also, YouTuber. Ja. Platz 3. Was? Was denn auf der 1? Das hab ich auch gesagt. Mein Gott. Äh... Victor... Das soll ich? Nein, immer noch Sydney, bis... Ja, ey. Bis Sydney falsch war. Was schreiben die Idioten? Nicht Fußballer. Also, ich hab was da reingeschrieben. Ich hab auch was da reingeschrieben. Echt? Vielleicht... Vielleicht das. Oh nein, Mus, die denkt bitte logisch. Schreib jetzt nicht Patrick Starr oder so eine Scheiße. Nein, nein. Es ist... Es ist so leerer Polizist jetzt. Ich sag Polizist. Nee, stimmt nicht. Dann Mus, die. E-Sportler. Oh. Richtig. Strong, ey. Stark. Ich hab reingeschrieben Pornostar. Ich dachte, vielleicht haben Soundlight auf Trollen. Ja, haben doch unten. Achso. 31 Punkte sind E-Sportler. Ja, geil ist krank. Wir werden wieder E-Sportler werden. Was ein Scheißjob. Die wissen das nicht. Nein, nein. Ist gut. Einfach geil. Okay, dann nächstes ist... Mit wem von Fokus in eine 2x2 Challenge? Sidney? Auf der 1 ist Eli. 100%. Das ist der Gotti! Auf der 1 ist Eli, sagst du? Das ist Jaxn Effekt, Bruder. Was? Eli ist auf Platz 2. Das war auch crazy. Das ist aber auch crazy. Das ist... Das ist... Wischra? Wenn du die 1 hast, gehört die Runde dir... Ja, Sid ist auf der 1. Was? Ja! Ich bin der Gotti, Eli! Es ist der neue Gotti! Ich bin der Gotti! Okay, dann Wischra. So wie gestern. Beim Spielabend. Oh. Ähm... Boah, ich sag Musti. Ist er auch noch drin? Musti ist auch noch drin. Das ist echt hart als Gotti da. Outvoted zu werden. Ja. Musti ist auf Platz 12. Wie viel Prozent? Ich muss so lange raten, bis Dingens, ne? Bis du falsch machst. Darf ich mit Bücher reden, oder nicht? Nein, nein, nein. Okay. Warum sind wir dann ein Team? Ja, erst danach dran, wenn du falsch machst. Äh... Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Ich bin Gotti. Nein! Ich bin nicht! Ich hätte vielleicht auch Willi gesagt, aber... Ja, sagst du das? Da steht von Fokus, ne? Ach so, von Fokus. Ey, bei Schlauste Fokus haben Leute Trimix geschrieben. Also, geht alles. Oh stimmt, ich hab jetzt die Frage nicht richtig. Ähm... Bist du blöd? Ja, fünf. Hä, warum? Vier. Ja, ich sag Eldos noch. Eldos. Ja. Eldos ist. Ja. Uh. Okay. Mein Gott, wer ist die Mitte? Wer ist die Mitte? Muss kurz einmal alle Fokus weg durchgehen. Ja, Kuba. Mh, Kuba ist die drei. Stark. Stark. Und wer ist als letztes drin? Mh. Ach du Scheiße. Eldos, hast du ne Idee? Der darf ja nicht sagen. Er ist nach dir. Er darf ja sagen, ob er ne Idee hat oder nicht. Ja, er kommt ja so oder so dran. Ach so. Ähm... Ich hab keine Ahnung. Er hat Interesse dagegen was? Äh... Ich sag... Viktor. Viktor ist ein Ars. Nein, dann Eldos? Äh... Das ist ja ein bisschen Hexkarte. Das ist Schokdos. Ich geh... Ei, bitte. Ich geh mit... Dool. Nee, Dool auch nicht. Dann ist die letzte Chance. Ich glaub ich hab ihn. Oh mein Gott. Mo? Nein. Mo stimmt auch nicht. Was? Dann Sydney muss jetzt den letzten... Warte, warte, warte. Und haben wir drei Leben? Nein, eine Chance. Aber ihr könnt euch absprechen. Das ist nicht Dool. Das ist nicht Mo. Wer ist es sonst? Oder es wird hundert Prozent... Es wird hundert Prozent... Die Leute haben Willi geschrieben. Hundert Prozent. Bitte. Könnt ihr das schreiben? Ich bin ein Bastard, wenn die nicht Willi geschrieben haben. Sonst vielleicht ein Fortnite-Spieler. Aber... Äh... So Grippe oder so. Ne, ich sag... Steht mit wem von Fokus? Als ob... Die Leute sind verrückt, Mann. Sind wir bei Lieblingsvereinen, haben Leute Levanti geschrieben. Ja, aber zählst du das mit? Ja, alles was geschrieben wird, zählt. Okay, dann... Das will die machen. Okay, aber Willi stimmt. Oh, fuck. Es wär Lara gewesen. Nein. Ich schwöre, ich wollte sogar sagen Lara. Vielleicht Lara. Ey, was ist schlechte Partnerin? Euer Traum-Urlaubsort. Äh... Reicht USA oder muss man das spezifizieren? Okay. Das, was die Leute halt schreiben. Ich nehm nur das, was reingeschrieben wird. Ähm... Los Angeles. Los Angeles ist auf der 2. Nein. Dann können jetzt jeder... Hier, Wischrad gedrückt, dann kannst du jetzt übertrumpfen. Hm... Ich hätte Malediven noch gesagt. Ja, Malediven ist dabei, aber nicht drüber. Okay, dann gehört Sydney in die Runde. Es ist New York auf der 1. New York ist auf der 5. Was? Ich glaub New York ist so eine Stadt, die... Es gibt noch so... So Dubi gibt's noch. Es gibt noch so Thailand. Es gibt noch so Japan. Mach Dubai. Es gibt noch Las Vegas. Ich hab crazy call, was... Es gibt Miami. Bruder, es gibt voll viel, Alter. Was machst du? Las Vegas. Ne, ist nicht dabei. Mann. Dann muss sie. Äh... Dubai. Dubai ist auch nicht dabei. Dann Sydney letztes Leben. Oder? Thailand. Thailand ist auch nicht dabei. Ich weiß es! Nein! Aber ich hab... Ich hab nur einen. Ja, wie viele Guests haben wir? Drei oder? Einen, einen. Einen? Ja. Ich schreibe, da machst du. Ja, ihr könnt euch absprechen. Ja, also was hast du denn im Sinn? Ähm... Ich dachte... Vielleicht Malle? Schreiben die Leute so aufs Joke? Aber Traumurlaubsort Malle? Keine Ahnung. Oder... Also ich hab eigentlich nur Malle im Kopf. Oder Japan. Ich hätte doch vielleicht sowas wie Miami oder Japan gesagt. Ja, Japan vielleicht. Sag ich auch. Mach mal Japan. Japan? Ja. Es ist 100% Mallorca. Was? Was? Ich dachte Mallorca save... Wer macht denn Japan auf eins? Voll viele von Japan. Wo ist Malle? Ich dachte, es ist save Malle gerade, als ich verkackt hab. Dann hatte ich keinen Gucken, wo Malle war. Malle ist nicht Dritter? Malle wäre gewesen, warte... Wie Japan ist vor Los Angeles und Co? Japan... Konnichiwa? Auf Platz 7. Ich dachte auch, so die Zuschauer machen, so jüngere Leute machen. Nee, die Leute sind richtige Anime-Freaks, man. Die Generation liebt Animes. Japan ist zu hart. Okay, Platz 3 wäre USA gewesen. Ach, Pratiker. Dumm. Das letzte ist... Welchen Sport übt ihr aus? Fischler? Fischler? Fußball. Ja, Fußball ist Platz 1 mit 78. Ich schaffte eh nicht alle. Und dann... Basketball. Stark. Basketball ist Platz 3. Oh mein Gott, auf 3. Dann wieder Fischler? Was gibt's noch? Fußball, Basketball? Volleyball glaube ich nicht. Darf ich auch reden? Nee. Okay. Nach mir ist Sydney dran, glaube ich, oder? Nein. Eldos. Wobei, nee. Eldos, stimmt. Ich hab grad die Platz 1 mit Dingern. Oder was spielen die meisten? Boah. Ja. 5. 4. Tennis. Tennis ist nicht dabei. Dann Eldos. Was ist mit... Also ich würd mit... MMA, Boxen gehen. Ich weiß nicht, wie du das ganze Katholik gemacht hast. Uh, Boxen. Boxen ist gut. Ja, was genau sagst du? Mach Boxen. Boxen ist nicht dabei. Dann beschreibst du das Leben. Boxen. Scheiße. Also Kampfsport ist das... Ist das Kampfsport? Ist auch nicht dabei. Dann können Sydney und Musti klauen. Okay. Also ich hätte direkt... Wenn ich 15 wäre, hätte ich direkt Batschport geschrieben. Oder... Handball. Oder... 1-0. Ja, ich schritt mit Musti. Ich schritt mit Musti. Ich schritt mit Musti. Oder... Basketball, Handball... So... Leichtathletik. Ja, er hätte auch Leichtathletik zu sagen. Ich sag Batschport. Wie meint. Doch, auf Joke. Das ist dumm. Okay. Bums. Also nimmst du das? Das ist doch Batschport. Welchen Sport gibt ihr aus? Batschport? Ja. Na komm, mach Batschport. Leider falsch. Mann, wie unlustig seid ihr? Platz 2 wäre Handball gewesen. Oh mein Gott. Und auch Fussball. Volleyball auf die 1. Und auf der 4 Gym. Gym. Als ob da nicht so MMA oder Boxen so auf 2 oder 3 ist. Das macht niemand, Mann. Das machen viele. Wir hatten jetzt die Runde gewonnen. Aber wir, ne? Ja. Wir. So Leute, das war das Video zum Supported Duell. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.